Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst es, meine Schminksammlung ist mittlerweile riesig groß. Und ich habe hier ein paar Produkte, die meiner Meinung nach, als sie rauskamen, so ein bisschen den Make-up-Markt revolutioniert haben. Und ich wollte den Produkten nochmal ein bisschen Leben einhauchen, bevor die Produkte vermutlich für den Rest meines Lebens im Schrank landen. Und vielleicht inspiriert es euch ja auch dazu, alte Produkte wieder so ein bisschen aufzuleben. Oder aber, ihr findet hier Produkte, die es bis auf eins alle so noch gibt, glaube ich, und ihr die vielleicht nachshoppt oder einfach neue Favoriten entdeckt. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Ich habe darauf riesig Lust, weil ich immer so einen inhaltlichen Kampf habe mit mir selber, dass ich Produkte zu wenig nutze. Und mein innerlicher Monk würde gerne Produkte aufbrauchen. Ich weiß aber, dass es sehr, sehr selten passieren würde, dass ich Produkte wirklich aufbrauche. Und deswegen wollte ich sie einfach nochmal benutzen. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und hüpfen direkt ins Video. Selbstverständlich ist das so ein bisschen meine Meinung. Ich glaube, jeder hat für sich selbst Produkte, die er selber gerne benutzt, aber die vielleicht einfach für sich selbst revolutionär waren, weil ihr eine neue liebste Lidschattenpalette gefunden habt. Oder weil ihr vielleicht eine neue liebste Mascara entdeckt habt. Und das sind Produkte, die für mich in meinem Leben oder in meinem Make-up-Leben immer so einen gewissen, ja, Meilenstein erreicht haben. Und deswegen fange ich auch direkt mit dem ersten Produkt an. Das ist ein Primer. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich weiß aber, dass der von vielen einer der Favoriten ist. Das ist der Tensational Primer von Catrice. Der ist schon ein paar Jahre alt. Ich glaube auch, dass der nicht mehr gut ist. Die Tube fühlt sich nämlich ein bisschen aufgebläht an. Wir benutzen ihn jetzt einfach trotzdem. Der konnte damals alles. Der kam in einem Update raus, ist dann auch ins Standardsortiment eingezogen. Und der hat Primer, Hydrating, Anti-Wrinkle, Anti-Pollution, Anti-Oxidation, Poren minimieren, Evens Out, Skintone. Zehn verschiedene Punkte, die er behandeln sollte. Und ich mochte den damals sehr gerne. Er riecht katsache noch gut. Also ich sage immer so, auf jeder Verpackung ist immer so eine Tube mit drauf. Und hier steht jetzt beispielsweise 12M. 12M heißt, nach Anbruch zwölf Monate haltbar. Bei Puderprodukten stimme ich dem meistens nicht zu. Bei Creme-Produkten allerdings schon, wenn die offen sind. Vielleicht war der auch noch nie offen. Der sah jetzt echt recht gut aus. Aber riecht einfach mal dran und schaut, ob das Ganze funktional ist noch und ob ihr euch damit wohlfühlt. Wobei bei Puderprodukten ist das kein Problem. Bei Creme-Produkten macht sie weg. Kauft eine neue, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und schaut mal, was ihr da vielleicht Schönes findet. Ich liebe diesen Primer. Ich habe ihn Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Der hinterlässt einen super, super schönen Glow. Ein sehr natürliches Finish. Und ich fand, dass der damals so den ersten Schritt Richtung Skincare und Make-up gebracht hat. Vor allen Dingen auch in der Drogerie. Der kam vor drei, vier Jahren ungefähr raus. Und hat damals wirklich so den ersten Schritt meiner Meinung nach gemacht. Richtung diese Kombination aus beiden oder Hybrid-Produkten. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir jetzt auch vor allen Dingen 2023, einige Jahre später, in der Drogerie sehen. Dass viele Make-up-Produkte den Fokus auf Skincare gelegt haben. Weil durch die Pandemie natürlich auch das Thema Make-up so ein bisschen in sich zusammengesackt ist. Und mehr Fokus auf Self-Care, Self-Awareness gesetzt wurde. Und das auch in die Produkte mit reingegeben sollte. Sehr, sehr schöner Primer. Primer, Primer. Ich würde mir wünschen, dass er definitiv wieder mit in die Drogerie kommen würde. Und bevor wir weitermachen, wollte ich mit euch noch einmal ganz kurz über Igral sprechen. Ihr wisst es, ich arbeite mit Igral schon sehr, sehr lange zusammen. Und habe auch schon ganz schön viel Geld gespart. Denn Igral ist der beste Cashback-Anbieter, den ich persönlich kenne. Und der mir die Möglichkeit gibt, während ich shoppe. Und ich kaufe sehr, 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 sehr viel online ein. Eine Menge Geld zu sparen. Und das Beste ist, mit meinem Code, den ihr unten in der Infobox findet, kriegt ihr anstelle von 5 Euro Startguthaben direkt 10 Euro Startguthaben. Und ab 20 Euro könnt ihr euch das Ganze auch schon auszahlen lassen. Und zwar an barem Geld. Und nicht über Gutscheine, sondern wirklich direkt zu euch aufs Konto. Und ich blende euch hier mal ein, wie einfach das funktioniert. Hier registriert euch einfach unten über den Link in der Infobox bei Igral und könnt dann entweder über die Webseite von Igral selbst oder über diesen kleinen Cashback-Anbieter, den ich oben als kleines Plugin bei Safari installiert habe, direkt auswählen. Und wenn ihr auf meinem Lieblings-Website seid, beispielsweise Sephora, beispielsweise Douglas, H&M, Asos. Es gibt so, so viele Möglichkeiten, Igral zu nutzen. Ich nutze es vor allen Dingen auch immer, wenn ich reise. Also wenn ich über Booking.com gehe beispielsweise, da kriege ich dann immer so ein bisschen Geld zurück. Und dann aktiviert ihr einfach den Cashback. Ihr werdet zum Partnershop weitergeleitet und könnt dann ganz gewohnt einkaufen. Es kostet nichts extra. Igral bekommt eine Vermittlungsprovision von den Partnershops und gibt den Großteil dann auch direkt an euch weiter und behält selbst nur einen kleinen Teil. Und dann wird euch das Cashback direkt gutgeschrieben. Und ab 20 Euro könnt ihr euch das Ganze dann direkt auszahlen lassen. Ich habe ja beispielsweise über 70 Euro schon. 30 Euro sind glaube ich vorgemerkt gewesen, weil ich gerade noch was geshoppt habe. Und das wird dann in ein paar Tagen auch gutgeschrieben. Und das könnte ich mir dann auch direkt wieder auszahlen lassen. Also es ist eine super, super Möglichkeit, um immer mal so ein bisschen Geld zu sparen. Denn ihr kriegt das Geld natürlich wieder. Und das funktioniert super, super gut. Einfach, easy und wirklich ohne Probleme. Ich nutze das immer, wenn ich shoppe. Und ihr könnt euch auch den Cashback-Mailer aktivieren, so dass ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn es irgendwo noch einen kleinen Cashback einzusammeln gibt. Probiert es unbedingt aus. Größte Empfehlung von mir. Ihr seht, ich nutze das regelmäßig und das hat mir wirklich schon eine Menge Geld gespart. Und mit dem Link unten bekommt ihr nicht 5 Euro Startguthaben, sondern direkt 10 Euro Startguthaben. Also lohnt sich das Ganze. Und wenn ihr noch weitere 10 Euro Cashback einsammelt, dann könnt ihr euch das Ganze direkt auszahlen lassen. Base ist drauf. Im Prinzip, ich weiß nicht, was los ist im Moment bei mir. Aber ich liebe dieses No-Make-up. Also im Moment, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich im Moment ohne Make-up tatsächlich ein bisschen wohler als mit Make-up. Das ist ganz komisch. Bei Foundations und Concealer fiel es mir persönlich ein bisschen schwer, etwas rauszusuchen, was revolutionär war. Ich hätte gerne den Tarte Shape Tape genommen. Den habe ich tatsache nicht mehr da, weil ich einfach, ich bin über den Tarte Shape Tape hinweg. Es gibt in der Drogerie mittlerweile sehr, sehr gute Alternativen oder aber auch im Heilendbereich einer meiner liebsten Concealer. Der hier von Anastasia Beverly Hills, der ist phänomenal, super gut, super deckend, ist ein bisschen matter, ist aber nicht zu trocken. Denkt euch jetzt einfach den Tarte Shape Tape. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, welche euren revolutionären Base-Produkte waren. Das würde mich wirklich interessieren, weil ich glaube, dass da jeder und jede individuell so ein bisschen was anderes mag. Beim Tensational Primer ist es, glaube ich, eher so, der hat so viele Benefits mit drin gehabt, dass der für viele funktioniert hat. Bei Base-Produkten, Foundations und Puder und Foundations und Concealer ist es sehr, sehr individuell. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr mir was in die Kommentare schreibt. Ich blende den Concealer einmal aus. Der ist super, super deckend und hat ein wirklich wunderschönes Finish. Es ist fast wie der Tarte Shape Tape. Und schon sehen wir ein bisschen wacher aus. Kommen wir zu einem Puder. Und das, ich habe in TikTok gesehen, was mich zu diesem Video inspiriert hat. Da hat nämlich eine ganz, ganz hübsche Maus das Ellen Beatrix Puder benutzt. Ein Loose Powder in der Farbe Natural Transparent. Ellen Beatrix gehört, glaube ich, zu Max Faktor, zu Manhattan, zu Rimmel London, zu Kylie Cosmetics, zu Koty. Und Ellen Beatrix selbst aber ist, glaube ich, gar nicht mehr präsent. Ich meine aber, dass es das doch in der Drogerie noch gibt, oder? Oder zumindest bei Müller. Ich benutze jetzt hier ein Microfiber Multi-Tool Mini und nehme das Puder und setze mir das direkt unter die Augen. Das ist im Prinzip ähnlich wie das Koty Airspun Powder. Das hätte ich auch benutzen können. Das Koty Airspun Powder. Das kennt ihr. Das habe ich euch schon so, so oft gezeigt. Das ist im Prinzip, ja, ich würde schon fast sagen, dasselbe. Nur ohne Duftstoffe halt. Sehr, 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 sehr schön. Und es ist halt so ein Klassiker. Ich glaube, dass es das schon 150 Jahre gibt. Das Koty Airspun gibt es seit 1935. Come on. Und das ist halt ein Full-Coverage-Puder. Also das ist so ein typisches Beautifying-Puder, was viele Drag-Queens benutzen, was viele Promis benutzen auf dem roten Teppich. Weil es halt so super mattierend ist und sehr, sehr weichzeichnend ist. Ich liebe das Puder. Ich benutze es viel zu selten. Ich lasse es jetzt auch wirklich mal hier draußen. Ich bin im Moment gerade echt wieder bei dem Koty Airspun Puder angekommen. Weil ich den Duft einfach sehr, sehr gerne mache. Was ich hier drin gut finde und das hat mich damals, als ich das gesehen habe, erst so ein bisschen davon abgeschreckt, ist dieser Stopper da drin. Der ist nur so lose drin, aber der rutscht halt immer mit runter, sodass ihr wirklich fast alles rauskriegt. Und dann gibt es halt nochmal so einen Schutz. Den könnt ihr zumachen und dann könnt ihr das Ganze verschließen. L&B-Tricks würde ich mir wünschen, dass es so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wieder bekommt, weil es einfach ein super gutes Produkt ist. Und ich muss mal bei Max Factor anfragen, was mit L&B-Tricks los ist. Ob das irgendwie so ein bisschen ausgelaufen, ob sie das so ein bisschen auslaufen lassen oder was sie damit machen, weil das wirklich ein super, super gutes Puder ist. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass der sich sehr gut mit dem Concealer gerade vertragen hat, das Puder. Aber es funktioniert ganz gut. Weiter geht es mit einem Bronzer und auch da war es mir ein bisschen schwierig, einen auszuwählen, den ich auch wirklich gerne mag. Ich hatte beispielsweise den Chanel, diesen Cream Bronzer. Der ist mir persönlich aber im Moment ein bisschen zu hell und ich trage den lieber ohne Make-up. Und da ich viel Make-up gerade im Gesicht habe, glaube ich, ist es nicht das richtige Produkt gewesen. Deswegen habe ich mich hierfür entschieden, alternativ oder als exemplarisch für Make-up-Produkte wieder mit Skincare. Das ist das Huda Beauty oder Glowish bei Huda Beauty Soft Radiance Bronzing Powder. Das ist eine ganz schwierige Textur, muss ich sagen. Die ist so ein bisschen creamy, aber auch nicht ganz creamy, nicht so pudrig. Sie kriegt recht schnell hart pennen. Deswegen bin ich gespannt, ob ich da noch ein bisschen was rauskriege. Aber was dieser Bronzer gemacht hat, ist, der war als einer der ersten Bronzer, ja doch geht, die dieses Hybridprodukt erschaffen haben zwischen wirklich Skincare und Make-up. Es gab ja auch von Glowish dann diese Radiance Cream. Da freue ich mich drauf, die im Sommer wieder zu benutzen. Die ist extrem glowy gewesen und die hat wirklich viel für die Haut getan. Also ich habe festgestellt damals, als ich die benutzt habe regelmäßig, dass meine Haut wirklich sehr, 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 sehr gut war. Das ist ein super toller Bronzer. Der ist nicht zu warm, der ist nicht zu kalt. Ich hätte auch den Hatice Schmidt Bronzer benutzen können. Ah ja, aber den habe ich auch nicht mehr. Ich habe halt nur noch das nachgemachte Produkt von Love. Also Love hat den ja fünf Jahre später dann nochmal rausgebracht. Ich liebe den Bronzer. Der ist nicht zu warm, der ist nicht zu kalt und ich habe den schon ewig. Also zwei Jahre locker, locker, vielleicht sogar drei. Gutes Produkt, pflegt die Haut auch gleich noch so ein bisschen. Das war nämlich das Ziel von Glowish, dass sie Produkte rausgebracht haben, die die Haut während des Tragens pflegen. Und das kommt ja immer mehr in die Make-up Produkte mit rein, die einfach mit der Haut arbeiten. Und das finde ich ist ein schöner Effekt, den die Beautyindustrie da gemacht hat. Weil ich glaube, die Beautyindustrie Anfang der 2000er war, dass sie natürlich sehr gehypt war. Also wir erinnern uns an diesen silbernen Lidschatten. Make-up wurde immer gängiger oder ausgefallenes Make-up wurde gängiger. Und die Sachen waren aber auch sehr, sehr günstig. Dementsprechend waren die Inhaltsstoffe auch nicht so gut. Und die Inhaltsstoffe waren halt immer in Kontakt mit der Haut. Und jetzt ist so ein Shift in der Gesellschaft, in der Beautyindustrie passiert, dass wir Produkte wollen, die unserer Haut nicht schaden, die sogar noch ein bisschen was Gutes tun. Das ist natürlich immer individuell. Viele verteufeln dies, viele verteufeln das. Ich habe mit den meisten Inhaltsstoffen kein Problem, wie beispielsweise Duftstoffe. Ich sage es nochmal dazu. Aber dadurch haben sich halt die Make-up-Firmen darauf fokussiert, bessere Inhaltsstoffe zu entwickeln. Und wenn eine High-End-Marke voranschreitet und etwas den Weg ebnet, und das ist etwas so ein bisschen was... Ich sehe halt immer, dass viele große Firmen verteufelt werden. Sei es Coty, sei es Estee Lauder, sei es L'Oreal. Das sind die Firmen, die alles vorgeben. Eine kleine Marke wird es niemals von sich aus schaffen, etwas ganz Besonderes zu schaffen, was die Make-up-Industrie revolutioniert. Die großen Überbrands, es gibt halt nur zehn große Überbrands beispielsweise, die den Takt vorgeben bei den Produzenten. Und dieselben Produzenten produzieren auch für günstigere Marken. Und wenn die großen Brands etwas verändern, beispielsweise sie haben eine Textur entwickelt, wie... Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Dann rutscht das runter zu den kleineren Marken und dann wird es erschwinglich. Deswegen ist es wichtig, dass man das auch einfach nochmal gehört hat. Kommen wir zu einem Blush und das ist der Melon Dollar Baby Blush. Ich liebe, liebe, liebe diesen Blush. Das ist Tatsache einer meiner liebsten Blushes aus der Drogerie. Und ich habe den auch schon ewig, ne? Also der funktioniert halt immer noch. Ich brauche halt immer ein bisschen mehr, arbeite mir den hier schön rein. Ich liebe den Duft. Er riecht so ein bisschen fruchtig, ein bisschen süßlich und funktioniert aber sehr, 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 sehr gut mit diesem Bronzer auch. Weil beide vom Unterton her sehr natürlich sind. Ich liebe die Base gerade, ne? Obwohl sie Full Coverage ist und das üblicherweise nicht mehr das ist, was ich so im Alltag trage. Die Kombination aus diesem leichten Schimmer hier drin und diesem semi-matten Finish des Bronzers funktioniert phänomenal gut. Der hat einen goldenen Schimmer mit drin. Ich gebe den auch gerne so ein bisschen überall mit rüber, weil ich mag es gerne, wenn ich Full Coverage Produkte trage, dass das Gesicht ein bisschen frischer aussieht. Und dafür hilft natürlich Blush immer ungemein. Große, große Empfehlung. Ich weiß, dass viele den zu Hause haben. Ich glaube, den gibt es sogar noch. Der sieht jetzt vielleicht ein bisschen anders aus. Aber wie wunderschön ist dieser goldene Glow in Kombination mit diesem warmen Bronzer. 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 Das nächste Produkt hat für mich persönlich einen sehr, sehr großen, großen Stellenwert. Das ist ein Highlighter. Der Hatice Schmidt X Becker Berlin Girl Glow Highlighter. Dieser Highlighter hat es mir ermöglicht, eine ganze Karriere aufzubauen. Und das muss ich wirklich nochmal dazu sagen, hätte es dieses Produkt nicht gegeben, hätte ich wahrscheinlich niemals mit YouTube oder Social Media angefangen, beziehungsweise wären wir als Community jetzt so gar nicht da. Denn als ich den bekommen habe und ich habe ihn, ich weiß leider nicht mehr, wer es war bei Douglas, die mir den vor dem Release noch gegeben hat, dass ich zum Release das Video direkt hatte. Und das hat damals so viele Aufrufe bekommen des Videos und hat mir halt diese Community am Anfang erschaffen. Und es ist dazu, muss man auch sagen, ein phänomenal gutes Produkt. Ich habe ihn Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Ich erinnere mich, dass er so ein bisschen bläulich war und ich ihn sehr, sehr gerne mochte. Den gibt es natürlich nicht mehr. Aber das ist ein grandioser Highlighter. Und ich muss dazu sagen, jetzt rückblickend war der seiner Zeit so ein bisschen voraus. Denn der war jetzt nicht so ultra blinding wie, ich habe kurze Zeit später, ich glaube ein Jahr später, habe ich meine eigene Highlighterpalette mit Luvia rausgebracht damals. Und die war am Kern der Zeit, diese Dubai-Landebahn. Das so Huda-Beauty, dieses Strobing, dieses Intensive. Der hier war sehr erwachsen. Der war ein bisschen subtiler. Die Farbe war besonders, denn der war, okay, er ist subtil, sieht er jetzt gerade nicht aus bei mir. Ich habe natürlich übertrieben. Der war sehr, sehr erwachsen. Und das war nichts, was man zu der Zeit wirklich gewollt hat. Aber trotzdem war der so besonders, weil die Farbe ganz zart war. Die hat bei vielen, vielen Hauttönen funktioniert. Gerade bei etwas helleren Mäusen. Und diese Kombination aus rosa und blau hat der Haut sehr gut geschmeichelt. Und sie hat mir natürlich, der Highlighter hat mir natürlich eine Möglichkeit gegeben, etwas zu erreichen mit Social Media. Und das werde ich dem Highlighter persönlich und dass sie das gemacht hat, natürlich auch nie vergessen. Ich liebe den Highlighter. Heute wäre er mir vielleicht sogar auch schon fast so viel. Wobei ich sagen muss, es ist ein phänomenales Produkt. Aber ich will den nicht aufbrauchen und ich will ihn auch niemals aussortieren. Ich würde ihn mir am liebsten einrahmen. Ich hätte ihn gerne noch in Originalverpackung, dass ich ihn offen so einrahmen kann. Und dann neben alle meine eigenen Produkte stellen kann. Weil er, ja irgendwie, er berührt mich. Und es ist nicht mal mein eigenes Produkt. Bevor wir zu den Augen kommen, fixieren wir das Ganze einmal. Und das ist so ein Klassiker Urban Decay, das All Nighter Fixing Spray. Ich persönlich nutze das nicht mehr, weil es mir zu alkoholisch ist. Es ist mir zu intensiv. Es ist mir zu austrocknend. Und es ist mir zu teuer. Und Urban Decay, ich bin ehrlich, da ist irgendwie der Hype weg. Ich weiß nicht, was ihr zu Urban Decay sagt. Ich persönlich habe schon lange, lange kein Produkt mehr von Urban Decay gesehen. Ich glaube, die Born to Run Palette war so die letzte, wo ich gesagt habe, boah, das ist auch schon vier Jahre her. Der Rest ist halt einfach nicht mehr so meint. Ich bin gespannt, was mit Urban Decay passiert, ob sie ein Rebranding machen, ob sie komplett aufhören. Vielleicht habt ihr da schon ein paar so ein paar kleine Detektiv-Informationen. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze einmal kurz setten. Und dann geht es weiter mit der Lidschattenpalette, die für viele heute noch ein Staple ist. Und da habe ich euch auch gleich ein Stückchen näher herangeholt. Wir schminken heute einen Look hier mit. Also, ich erinnere mich an die Palette bedingt. Das war, glaube ich, noch eine sehr, sehr erfolgreiche. Und die Subculture, die hat so ein bisschen zerrissen. Da war ja wirklich Drama hoch 10. Die Softlampalette ist eine farblich zumindest sehr klassische Palette mittlerweile. Ich würde sagen, damals war das so der erste Schritt in die Neutralität der Farben. So Beige Fluenza sind aufgrund dieser Palette meiner Meinung nach entstanden. Die war schon für die damalige Zeit sehr revolutionär, weil sie natürlich extrem pigmentiert war. Anastasia hatte den Hype ihres Lebens und ist eine gute Palette gewesen. Ich habe sie jetzt bestimmt vier Jahre nicht mehr benutzt. Deswegen weiß ich auch nicht mehr, wie sie performt hat. Ich weiß nicht mehr, ob die Farben noch funktionieren. Aber ich wollte mal probieren, einen moderneren Take der Subculture Palette zu schminken. Wir hatten ja früher so dieses klassische. Ich glaube, das sieht man auch an den Farben, die ich immer benutzt habe. Es war immer Burnt Orange, es war Rustic, es war Cypress Amber. Also eigentlich eher die unteren und dann so einen goldenen Ton als Cutcrease in die Mitte. Ich möchte das Ganze ein bisschen modernisieren. Deswegen gehe ich mit einem fluffigen Blend, oh Gott, hat die Kickback, in die Farbe Burnt Orange. Extrem viel Kickback. Üblicherweise habe ich kein Problem mit Kickback heutzutage mehr. Bei Paletten, die günstig sind. Das sind ja die meisten Paletten, die ich benutze. Bei teuren Paletten bin ich da immer so ein bisschen auf Kriegsfuß mit. Und die ist, das ist schon krass, ne? Die ist da, aber wenn wir die heutzutage, wenn die heutzutage rausgekommen wäre, ein paar Jahre später, die wäre zerrissen worden für das Kickback und die Pigmentabgabe. Heutzutage, da hat Natasha Denona viel mitgemischt, sind die Farben viel, viel, viel cremiger. Und haben ein bisschen mehr Öl oder Wachs mit drin. Das ist einfach nur Pigment. Ist eine gute Palette, aber heutzutage ist das natürlich nicht mehr das Matter. Dinge, nichtsdestotrotz, ne? Ich weiß, dass viele die heutzutage immer noch sehr, sehr gerne benutzen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Habt ihr im Vergleich zu den Paletten heute, seht ihr da einen Unterschied? Oder sagt ihr, ist euch eigentlich völlig egal? Ich nehme das Laetitia und Maxim Pinselchen Nummer 5, müsste das sein. Und gehe in die Farbe Rustic. Ist ein bisschen kühler und ein bisschen dunkler. Und setze das erstmal hier in die Lidfalte her. Das ist schon kein Vergleich mehr. Aber sie funktioniert. Schön. Ich liebe halt diese Basic Paletten, ne? Wobei es jetzt schon wieder so aussieht wie jeder andere Look 2020 bis 2022. Ich blende heute mal wirklich ein bisschen mehr als sonst, weil ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob die Palette... Irgendwann verliert die Palette Feuchtigkeit, ne? Und dann sieht die nicht mehr so ebenmäßig aus. Vielleicht war sie aber auch einfach schon immer so. Das weiß ich leider nicht mehr. Jetzt nehme ich mir einen flachen Pinsel und gehe in die Farbe Tempera. Das ist ein matter, heller Ton. Und ziehe mir damit eine Cut-Crease. Ich will heute wirklich ausschließlich matten Look machen. Weil so diese ganz matten Looks sind heutzutage natürlich das Ding. Entweder du hast so Duochromes oder nur matt. Und dann blende ich das hier hinten so ein bisschen mit Burnt Orange nochmal zusammen. Und habe einen sehr Basic Look. Ich finde es doch ein bisschen zu hell. Ich gehe mal noch ein bisschen in Sienna mit rein. Hier außen. Und verdunkel es mir über der Lidfalter. Das ist ja besser. Deutlich besser. Das war mir gerade ein bisschen zu wenig. Mascara habe ich jetzt keine besondere, wo ich sage, die war wirklich für die damaligen Verhältnisse oder für die Make-Up Industrie revolutionär. Vielleicht habt ihr da eine, wo die Telescopic hier, die war schon krass. Also ich habe noch nie so einen Hype ohne Mascara erlebt wie mit der Sky High Mascara. Aber das ist hier meine Liebste. Volume Million Lashes. 2016 hat angerufen, sie wollen ihr Make-Up zurück. Zu guter Letzt ein Liquid Lipstick, den ich wirklich nicht mehr leiden kann, aber ihn wirklich nur noch aufhebe für genauso Videos wie heute. Und zwar Kali Cosmetics, die Liquid Lipsticks. In der Farbe Candy K. Das war, also ich weiß noch, wie ich damals wirklich, oh wow, war das ein Krampf an dieses Produkt zu kommen in Deutschland. Und ich hatte keine Kreditkarte und hatte kein Geld und musste mir dann das Geld oder die Kreditkarte beides von meiner Arbeitskollegin leihen. Und habe damals auch noch kein Make-Up getragen. Ich trage sie nicht mehr. Also erstmal sind die viel zu trocken. Sie sehen immer Krusty aus und ich habe das Gefühl, sie hatten ja so, ich will nicht sagen Rebrand, Relaunch. Aber ich fand es danach noch schlimmer als vorher. Wobei die Farbe wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe ist. Candy K. Ich glaube, dass auch jeder, die damals nur wegen Kylie haben wollte und nicht wegen der Qualität. Wisst ihr, woran ich gerade gedacht habe? Dass wir vielleicht mal ein Video machen, wo wir so den klassischen 2016 Look schminken versus den heutigen Look. Habt ihr darauf Lust? Schreibt es mir in die Kommentare. Und das wäre mein Make-Up Look mit Produkten, die die Make-Up Industrie in den letzten 5 Jahren so ein bisschen revolutioniert haben. Ich bin super gespannt, welche Produkte eurer Meinung nach euer Make-Up oder die Industrie für euer Empfinden nach verändert haben. Kleine Erinnerung an letzter Stelle dieses Videos. Schaut unbedingt bei eGral vorbei. Dort könnt ihr wirklich viel Cashback zurückbekommen. Und ihr bekommt mit meinem Link unten in der Infobox anstelle von 5 Euro ein 10 Euro Startguthaben. Ich freue mich, wenn ihr dort vorbeischaut. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns hier schon ganz bald wieder. Habt ein wundervolles Wochenende, süße Mäuse. Passt auf euch auf!